hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play bioshock infinit ja hier haben geparkt der letzten session und es geht wie gewohnt weiter recht locker flockig von der hand so mal gucken wo müssen wir hin okay hier gibt es geld dankeschön so jetzt haben wir schon wieder über 900 ich weiß jetzt wo auch die 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 äußer bar war nicht zu vergessen nicht zu verwechseln mit der blue äußer bar aus den alten police academy teilen was ist das hier aufzuholen was ein kohle ein einfaches kombinationsschloss angeblich bewahren die meisten narren die kombination ganz in der nähe auf hoffentlich geraten werden so einen machen vielleicht hier irgendwo in der kasse aber ist noch ein silberigel hatte sogar übersehen mal gucken hier in den büchern auf den schlimmsten scharf darauf schlösser und codes zu knacken wenn man jemanden einsperrt entwickelt er ein interesse an solchen dingen vermutlich und ich lasse mich nicht mehr einsperren book oh scheiße er ist wieder da nein 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 Ach, du Scheiße. Habt ihr jetzt das gesehen? Elizabeth. Bleibt da. Der kommt wieder. 0451. Und das ist doch eine Kombination, glaube ich, aus dem ersten Bioshock-Teil. Müsste ich das nochmal spielen oder einfach nochmal nachgucken. Ihr könnt es auch prüfen. Das müsste in den ersten 5 oder 6 Folgen so sein. Müsstet ihr das sehen können. So, rede mit Elizabeth. Elizabeth, du versprich es. Ich werde ihn stoppen. Nein. Dieses Versprechen kannst du nicht halten. Aber bitte, wenn es so kommt, lass nicht zu, dass er mich zurückbringt. Dazu kommt es nicht. Okay. Ich werde dich nicht töten. Ich könnte das gar nicht. Ich kann doch ein 17-jähriges Mädchen hier einfach umbringen. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist inakzeptabel. Das werde ich nicht zulassen. Hier, okay, da ist auch nichts mehr drin. Irgendwas... Okay, der ist stillgelegt. Also gut, müssen wir zwangsweise jetzt doch den Aufzug hier benutzen. Gut, Bereich verlassen. Okay. Oh weh. Hier ist auch der... der Krieg hingekommen. Ach du Scheiße. Sieh mal. Wo schießen die hin? Boah. Wo welcher sind die schießen jetzt immer auf dieses Luftschiff? Ach du Scheiße, wir... Oh. Mist. Was soll ich machen? Hier drauf. So. Oh Gott. Jetzt müssen wir hier... Jetzt müssen wir auch noch rauffahren. Du Scheiße. Yeah. Die da, los. So hier, Runa. Hey. Die sind ja wahnsinnig. Die sind ja wahnsinnig. So hier, jetzt bist du auch mal rein. Ah. Aus dem Flack. Oh Scheiße. Ich bleib mir hier in Deckung, ist vielleicht besser. Obwohl ich switch mal. Hmm. Da kriegst du auch was rein. Na, das macht gar nichts. Du Scheiße. Okay, ich switch wieder zurück auf die Pistole, weil dieses... Das taucht einfach nichts. So hier. So jetzt. Okay. Ich schieße mal drauf. Dass was bringt. Du Scheiße, kommen Truppen wieder her. Weg. Ah. Weg. Weg. Ich sehe es. Wo, 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 wo. Was ist? Oh ja. Hier bin ich. Also ein Sack. Ah Mist. Okay, da muss ich mich, da muss ich mal echt was einfallen lassen. Jetzt habe ich wieder Geld verloren wegen dem Blödel. Ich bin hier wieder total irgendwo falsch gelandet. Ich will aber wieder zurück zu einem anderen Häuschen. Da waren ein Schloss. Ich habe noch hunderte von Lockpicks übrig und die will ich auch einlösen. Ich bitte darum, sie einlösen zu dürfen. Okay, das ist es nicht. Oder doch? Mal warum ich ihn gehe. Weh. Du Scheiße. Was ist das? Was ist das? Das ist ein Fake, oder? Das ist eine Kopie von mir. Das können die nicht killen. Ja. Das war anständig. Tja. Oh, jetzt ist er weg. Was? Oh. Wow. Danke. So, jetzt hätte ich gerne mal hier auch einen Unterstützer. Eros und Moskito. Das ist auch geil. Und hier. Oh, oh. Ach du Scheiße, habt ihr den Handy-Mengen gesehen? Ja, das Ding im kurzen Kleingeschlagen. Einfach zweimal drauf und blatsch. Das darf nicht wahr sein. Wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der Dicke? Was ist der Scheiße? Da drinnen ist er. Ach du Scheiße. die bloßwart haben zerrumpft also wieder zerrumpft die wahnsinnig ist los ich muss hier weg du kriegst mich jetzt nicht ich habe hier rein da wo man rings kommt die nach scheiße weg danke ich habe ja manchmal wieder in abgaben oder andere hat gelacht andere hat gelacht das ist eine dicke auf der scheiße hier kommen jetzt wieder drauf so kommen die drauf ja wir haben ihn besiegt wir haben leben besiegt okay die elisebe v ab ich nehme hier wieder ein bisschen gesundheit und man dies geht in salm geschützt ist auch die behauptung das sind public kürze die switch wieder auf die sniper rifle das kann ja nicht gut gehen auf dauer so hast du es bald so einer raus er ist geliefert soll ich beschwöre den muskito neu danke so und jetzt kann ich hier wieder in loko blünden gehen das war ja jetzt gar nicht mehr feiern hier ach du liebens so warte mal ich gehe jetzt jeden fall noch mal eine tiefe ich muss wieder rauf ja dann erst mal hier was gibt es denn hier aber hier gibt's sellerie salz ok machen wir weiter mit da unten war der automat so ich möchte jetzt hier das mit betrunken ist gut so gibt man dein geld gibt mir all dein geld aber es war aber nicht viel so ach so das ist nur der normale frissalienautomat aber ich habe hier gefunden ehrlich super 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 so was haben wir hier so hier wurde hat man auch ein bisschen was gegeben jetzt haben wir hier noch für den karabiner schnelles nachladen für den revolver schadens boost weniger rückstoß für den karabiner natürlich auch helfen wenn man hier noch schadens boost präzisionsgewehr vielleicht auch nicht verkehrt so was haben wir sonst noch das ist auch für den revolver schadens boost schadens boost schadens boost schadens boost schadens boost schadens boost ich mache jetzt erstmal den karabiner noch ein bisschen besser so schadens boost exzellent so und weil jetzt gibst du mir hier noch was was ist denn das sagen ach komm hey das ist auch publisch so revolver da könnte man auch was machen oder und nehmen am ersten gab 333 ansonsten was sind das das schrotflinte jetzt können wir nicht leisten im moment mal gut hat man so lange wir haben ja noch ein bisschen zeit so exzellent hier drin eine orange gott wieder lauter kumplig ist es hat keiner abgeholt so medikip brauche ich nicht öl lachen brauche ich auch nicht gut ich mache mir hier wieder den weg und möchte hier hoch fahren bitte so angeschät und jetzt war mal einmal im kreis wobei hier oben habe ich ja noch das schloss gesehen das dankeschön das mitnehmen so hier dass das hier drei pics die rein schloss mal sehen was ich tun kann ja auch nicht das richtige geschafft danke so einmal salz medikip eingesammelt so noch ein paar pfennig hier noch ein buxophon ich hatte das atom mitten in der luft festgehalten kollegen bezeichneten mein lotesfeld als quanten levitation aber das trifft es nicht levitation das klingt nach verkehren und faulem zauber mein atom sagt nur einfach nicht nach unten wenn man ein atom unendlich lang in der luft halten kann warum da nicht auch einen apfel und wenn einen apfel warum dann nicht eine ganze stadt da ist wieder mal die preisware warum aber sie hat es ja fertig gebracht die stadt schweben zu lassen sie hat fertig gemacht die man mal weiter muss ich jetzt lange da unten wahrscheinlich reine dankeschön der ist auch hin dann wäre bei ok so jetzt habe ich mal den revolver wieder dabei war mal auch ein lockpick helfen wir mal mit dem schloss eine haare nadel eine schöne haare genade okay die tür ist offen immer mal hier rein was gibt es hier wie man sich also hier noch ein paar pfennig kann jeden mikro pfennig gebrauchen oder haben wir schon wieder 300 sind das rolle liegt auch ein lockpick rum so was ist denn hier drin lauter bilder da drüben sind noch mal so kurz filmchen die reise von columbia ok ein blick zurück zum eröffnungstag ein rückblick auf die anfänger ok der traum des profet wird endlich flügge columbia beginnt seine reise um amerikas vision in der welt zu verbreiten ok da oben dieses flugzeug oder was das so darstellen sollte es auch richtig bedrohlich aus wie so ein bissiges viech so was haben wir hier der profet widersteht feinden innen wie äußeren chinesische boxer nehmen unschuldig amerikaner als geiseln der profet und columbia kämpfen für amerika unser profet und welchen danke hält columbia washington zu comstock halten sie sich aus wir stehen hinter dem profeten ende das ist das habe ich doch da gab es eine szene wo auch so zu sehen war gehen wir wieder raus ja ich kümmere mich gleich darum jetzt will ich das nur hier sehen so was ist denn das wie es ist von so kalt junien keine ahnung guck mal an könnte auch was interessantes sein wir trennen uns von der sogenannten union 1902 ein feiges amerika pfeift seine beste stadt zurück nein danke sagt der profet wir gehen eigene lege columbia sagt sich von junien los und verschwindet in den wolken ende aber ich glaube den habe ich schon mal gesehen ich glaube den habe ich schon mal gesehen so hier gucken wir mal hier noch was zum blüten denn gibt hier ein paar abfalleim okay da war leer bisschen munition jawohl hier der ist leer der ist auch leer da können auch wirklich was drin sein jeder auch noch ein bisschen munition und gesundheit und da ist zugesperrt was schade ist weil das eigentlich gehofft hier wäre ein bisschen mehr zu finden ui ok da ist auch noch ein bisschen was und hier ist auch noch ein schreibtisch eine banane holten hier eine geldtasche das ist praktisch dies ist praktisch wie ich mir so schön sage damit immer her immer schön her damit spenden sie spenden sie jetzt so wasserlache die brauche ich nicht so ein polizeischränkchen aber das kann ich nicht aufknacken ui da kann man auch rein ich glaube das ist das kommst du kaos ne ne market district wir kosten das kein problem okay vorhin in dem laden was du da von mir verlangt hast reden wir nicht drüber hin was hat das ding dir angetan wenn es mich zurückbringt das ist der tod wirst du oder etwas so ähnliches dass es keinen unterschied macht bleiben die dann irgendwie die aus der zombie oder was vielleicht weiß die irgendwas was ihr blüht vielleicht weiß die schon irgendwas aber woher konnte sie das wissen ach du scheiße hier brennt ja die gründe werden bluten ist nicht sehr angenehm die laden ach du scheiße ok das ist hier ein lockpick hier ist alles komisch das ist alles kaputt da ist alles kaputt meine damen da ist alles zermatscht zerstört niedergebrannt da ist nicht mehr viel übrig hier wir sind in dem jetzt wollte ich schon sagen kessel aber das ist eine mülltonne ok da ist auch noch ein bisschen muni und geraffel drin hier tropft wasser rein das könnte man hier zum löschen nehmen so das schlossertasche drei lockpicks verein fallen da sage ich nicht nein und das reimt sich sogar so was haben wir einen entschloss mal sehen was ich tun kann mach mal den deckel auf fertig danke noch ein paar silber jägel super hier ist noch eine mülltonne hier noch ein bisschen muni waschbecken dass das überhaupt noch geht so ein buch ist ja das würde ich jetzt auch gern wissen jetzt habe ich dann okay ich habe geld gefunden ehrlich sagen wir ja das zeug ja wohl auch wenn es nur fünf oder sechs münzen waren ich nehmen sie ich nehme sie immer gern so okay so was machen wir jetzt das machen wir jetzt hier immer wieder draußen gehen hier weiter was ist los jetzt geplatzt er ist geplatzt geil hatten kamikaze angriff gemacht das macht ihm nichts mehr so hier auch noch ein bisschen geraffelt so leiche durchsuchen okay jedoch nicht dort hinten das machst du denn nicht da rein dem faktor das kleid ab abend marl was was macht sie was macht sie warum läuft sie da immer wieder rein und sich nur den tod durch die rauchvergiftung es geht doch nicht so noch auf dich aufpassen kleine so hier da ist auch ein lockpick steigen wir auch mal ein aus wie eine kneipe oder zumindest an oh ja wie soll sich die stadt jeder von erholen am besten gar nicht jetzt geht es doch auf bitte danke ich habe immer noch 16 lockpicks und hier eine infusion so machen wir jetzt hier schild auf max perfekt super so noch ein paar silber eagles was wie wo was warum sie nicht die kasse so herrn mit ihm das war doch gerade noch irgendwo was da habe ich das irgendwie falsch anvisiert kann eigentlich nicht falsch an wie sie gemacht man war entweder richtig oder gar nicht gut was ist denn hier jeder ist dicht so was ist jeder ist auch dicht auch dicht oh man ok hat zwischengespeichert was ist denn das ihm zurück an absender was macht das säftchen ja ja press to generate a magnetic shield das äh das erinnert mich so ein bisschen an telechinese wo du das teilweise auch mit munition und so machen konntest was nicht schlecht war okay das auch marke des trick der will ich jetzt aber noch nicht hier Ich will hier noch ein bisschen schnüffeln. Ich muss noch ein bisschen schnüffeln. Ja, genau. Schnüffeln. Was haben wir da? Da stand doch irgendwo was. Beschlossen. Okay. Und hier fackelt es auch alles. Fackelt auch alles weg. In dem Fässer. Ui. Auch noch ein bisschen Geld. Sehr gut. Und ich habe schon wieder 800 zusammen. Gut. Sonst noch irgendwo irgendwas. Und vielleicht gucken könnte. Ach. Ach du Scheiße. Ihr seid doch wahnsinnig. Ach du Scheiße. Uiuiuiui. Zeig mal her. Ich muss abhauen. Ich muss abhauen. Ich muss abhauen. Uiuiui. Und nachgeladen ist es. Da ist es auch voll. Aber ich habe kaum noch Money. Ich habe fast keine Money mehr. So. Die ist raus. Okay. Das hat so eingeschlagen. Da ist der sogar den Kopf geplatzt. Ich sehe zu, ob ich noch was finde. Na komm. Geht drauf. Super. Oh. Ich habe mich erwischt. Nix ist mit Schlachten. Geh noch her. Wenn du was willst. Geh noch her. Geh. Sehr gut. So. Ein nachher raus. Was war meine Schießkünste? Wo bist du denn? Komm her. Wozu. 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 Komm her. Komm her. Oder muss ich zu dir kommen. Okay. Hier liegen auch noch ein paar Pfennig. Wo jetzt. Nix. So. Was haben wir da. Wie ein Repetier. Ja. Dann taue ich das mal gegen den Revolver. Weil der ist irgendwie fast leer. Ach die Scheiße. Die ist tot. Und die ist auch im anderen Universum. Die ist aussieht irgendwo draufgegangen. Sie wird Nasenbluten haben. Die hat drei Nasenbluten. Und die Ohrenbluten auch nicht. Elisabeth. Ich bin tot. Astreiner Bug. Astreiner Bug. Die sitzt mitten im Feuer drin. Das gab es dir gar nicht. Das gab es. Was ist das? Lockpick. Und hier wieder ein Boost für die Automatenknolle. Salvengeschütz. Nee. Revolver. Putschen wir doch den noch ein bisschen. Schnelleres Nachladen. Machen wir erstmal Schadensboost. So. Nummer eins. So. Ich wollte doch noch irgendwas anderes knödeln. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Schadensboost 2. Nein. Und hier das dann noch für das Karabiner. Jetzt ist er Max. Dankeschön. Und sonst noch irgendeine Knolle. Nee. Nichts mehr. So. Hier. Gib mir diesen Lockpick bitte. Danke. So hat er schon getroppt. Äh. Mist. Ich wollte das hier. Also hier droppt. Ein paar Pfennig. Danke. Sehr gut. Das war ein schönes Säfchen. Das ist. Wie geht's zu gut? Also hier. Und du droppst jetzt auch. Alles klar. So. Nee. Schockkettehilfe. Cremeboost. Ich wünschte, da gäbe es noch was. Um verbilgter Versand. Absenderhilfe. So. Boost. Nee. Das nützt mir alles nichts. Also Kappes. Du wirst geschlachtet. Was ist los? Ich muss mich erst mal kriegen. Du Sack. Das ist denn mit dir? Es gibt keinen Entkommen. So. Kleiner. Ui. 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 Das ist ja das Blankengift. Ui. Absinthe. Das ist ein Desurfs. Muss man nicht haben. Und Zigaretten auch nicht. Ui. 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 Ja. Was ist denn? Achso. Ich kann das nicht knacken, weil ich noch im Kämpfen bin. Das heißt jetzt für mich. Ich muss den jetzt erst mal wieder ausfüllen machen. Ja. Wo bist du denn? Lass dich umlegen, damit ich die Tür knacken kann. Ja. Mal wie erst mal rein. Ich hoffe nur. Ich finde auch das, was ich so gut. ja ja das ist eigentlich mein sprich dass keine kommen sind das ja wirklich ich denke nicht ich denke nicht dass du das wirst so bist du so einer raus einer raus so ist der nächste das ist so einer raus das verlassen okay kann man das knacken kann man sogar aber das ding ist zu was sind das briefkasten besuchen hier ist ein schloss dran aber das ist in der gitter und wer dieses geht er nicht da könnte ich einsteigen oder aber ich steige mal dafür hier lieber wo waren jetzt andere laden hier mussten schloss knacken echt dieses olle schloss dieses olle schloss so hier noch ein paar pfennig danke dir so und wieder ein paar pfennig mehr an mir mandeln schöne leckere mandeln seit wann diesen hier in der schokoladenpackung bieten also das erscheint äußerst unlogisch das wäre ja so als wenn du bei der armee eine militärration verfrachtest gehst hin und machst dann sag ich mal wo makaroni mit käse drin steht denn ein hacksteg rein also das geht doch auch nie das ist schluderei sowas das ist schlampig so sagen wir hier ausrüstung also gut zeigt mir hosen wütende stampfer deine gesundheit extrem niedrig ist fügst du zweifachen schaden zu meins bleibt jetzt so wie es ist ich bin zufrieden im moment die böse ich kann ich nichts naschen mich aus hier da ist ausverkauft oder geblieben mehr oder weniger aber die hälfte noch umgeschmissen und aber noch ein paar pfennig ja gut ja werde ich wohl müssen werde ich wohl müssen gucken was jetzt hier oben noch kommen wird jetzt habe ich die kleinen versehentlich ein bisschen angerümpelt was hat das hier für eine knarre hier brauche ich ja nicht zweimal das einmal ist schon genug da ist ja auch geflündet alles geplündet und zermatscht okay hier ist dicht hier ist dicht hier ist auch noch ein automat ist auch noch ein lockt pick so hast du irgendwas brauchbar ist wahrscheinlich nicht mehr ich muss wahrscheinlich erst was auch ausgeben die zu mir wieder gibt oder so hier ist etwas geld oder auch so danke gut war zwar nicht viel aber besser wie gar nichts so gut mir hier mal rein